Äpfel ernten, eine kleine Spielszene, szenische Improvisation oder Mini-Schauspiel. Äpfel ernten. Oh, Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel schleppen. Äpfel schleppen. Müde werden. Müde werden. Äpfel essen. Apfel essen. Der schmeckt. Der schmeckt. Lecker. Mh. Der schmeckt. Mh 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 mh. Mh 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 mh. Mh 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 mh. aber ich bin jetzt wieder wach. Variante 2. Wir vertiefen nun einer der sieben Schritte, durch die die Improvisation geht, nämlich den Abschnitt müde werden. Das kann nun jeder auf seine Variante gestalten. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Äpfel schleppen. Müde werden. Müde werden. Müde werden. Äpfel essen. Äpfel essen. Äpfel essen. Äpfel essen. Äpfel essen. Gut. Wurr bewischt. Wurr. Ich auch. Ich kitt, ich kitt. Und jetzt darf jeder die Variante am Schluss spielen, wie er denn das jetzt beenden würde, wenn er einen Wurm erwischt hat. Apfel essen. Apfel essen? Ja. Apfel essen. 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 Nein! Nein! Variante 2. Wurm erwischt! Vumervist! 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 Ah! 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 Variante drei. Vumervist! 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 Und nun wollt ihr euch fragen, ob inzwischen einer von euch das Ganze mal durchspielen will, auf seine Weise. Äpfelerden! Äpfelerden! Äpfel! Äpfel- Äpfel! 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 Müde Bär, müde Bär, müde Bär, müde Bär, Apfel essen, Apfel, Apfel, Apfel essen. Wohl erwischt. Wohl erwischt. Wohl. 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 Wiederwachen. Wohl. 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 Vielen Dank.